Möchtest du mit mir was essen gehen? Ich kenn dich nicht. Ich kenn dich auch nicht. Könnte ein Reinfall werden. Es ist sowieso nicht, Miriol. Das, was dir fehlt, existiert nicht mehr. Was soll die Scheiße? Ich bin nur gerade ein bisschen niedergeschlagen. Mensch, dir was? Ich versteh's nicht. Warum sollte ich die ganze Welt ableben? Wo hast du vor, hinzugehen? Zu mir nach Hause. Wieder nach Hause. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR